Hundeöl von Ambrose Beers, gelesen von Frank Schindelbeck. Mein Name ist Bofor Binks. Ich wurde von ehrenhaften Eltern auf einem der bescheideneren Lebenspfade in die Welt gesetzt, insofern als mein Vater Hersteller von Hundeöl war und meine Mutter im Schatten der Dorfkirche ein kleines Studio unterhielt, wo sie unerwünschte Babys beseitigte. In meiner Knabenzeit wurde ich dazu erzogen, mich an fleißige Betätigung zu gewöhnen. Ich half nicht nur meinem Vater, Hunde für seine Bottiche zu beschaffen, sondern wurde auch häufig von meiner Mutter dazu angestellt, die Reste ihres Wirkens im Studio wegzuschaffen. Zur Erfüllung dieser Pflicht bedurfte es mitunter meiner ganzen angeborenen Intelligenz, weil sämtliche Gesetzeshüter der Umgebung etwas gegen die Tätigkeit meiner Mutter einzuwenden hatten. Der Beruf meines Vaters, Hundeöl herzustellen, war natürlich weniger unbeliebt, wenn die Besitzer verlorengegangener Hunde ihm auch manchmal mit Misstrauen begegneten, das sich bis zu einem gewissen Grade auch auf mich erstreckte. Mein Vater hatte alle Ärzte der Stadt zu stillen Geschäftsteilhabern, die nur selten ein Rezept verschrieben, welches nicht das enthielt, was sie mit Vergnügen als Ohl-Kahn bezeichneten. Es ist wirklich die wertvollste Medizin, die je entdeckt worden ist, aber die meisten Leute sind nicht willens, den Kranken persönliche Opfer zu bringen, und daher war es offenbar vielen von den fettesten Hunden des Städtchens verboten, mit mir zu spielen, eine Tatsache, die meine jugendliche Gefühle kränkte und mich eine Zeit lang beinahe dazu gebracht hätte, Seeräuber zu werden. Wenn ich an jene Tage zurückdenke, kann ich mitunter nicht umhin zu bedauern, dass ich dadurch, dass ich meine geliebten Eltern indirekt umbrachte, zum Urheber von Missgeschicken wurde, die meine Zukunft grundlegend beeinflussten. Eines Abends, als ich mit der Leiche eines Findlings aus dem Studio meiner Mutter an der Ölfabrik meines Vaters vorbeikam, sah ich einen Polizisten, der meine Schritte anscheinend scharf beobachtete. Jung wie ich war, hatte ich doch schon gelernt, dass die Aktionen eines Polizisten, welcher Art sie auch sein mögen, von höchst verwerflichen Motiven geleitet werden, und so ging ich ihm aus dem Wege, indem ich mich durch eine zufällig nur angelehnte Seitentür in die Ölraffinerie drückte. Ich verschloss die Tür sofort von innen und war allein mit meiner Leiche. Mein Vater hatte sich schon zur Nachtruhe begeben. Das einzige Licht im Raum kam vom Schmelzofen her, der unter einem der Kessel in tiefer, starker Glut leuchtete und rötliche Reflexe auf die Wände warf. Das Öl im Kessel siedete noch in trägen Wallungen und brachte gelegentlich ein Stück Hund an die Oberfläche. Ich setzte mich nieder, um zu warten, bis der Polizist wegging, hielt den nackten Leichnam des Findelkindes auf den Knien und streichelte zärtlich sein kurzes, seidiges Haar. Ach, wie schön es war! Sogar in jenem jugendlichen Alter war ich schon ein leidenschaftlicher Kinderfreund und während ich diesen kleinen Engel betrachtete, hätte ich mein Herz beinahe auf dem Wunsch ertappt, dass die kleine, rote Wunde auf seiner Brust das Werk meiner lieben Mutter nicht tödlich gewesen wäre. Es war immer meine Gepflogenheit gewesen, die Babys in den Fluss zu werfen, den die Natur vorsorglich zu diesem Zweck geliefert hatte, aber in dieser Nacht wagte ich aus Furcht vor dem Polizisten nicht, die Raffinerie zu verlassen. Schließlich und endlich sagte ich mir, kann es keine große Rolle spielen, wenn ich es in diesen Kessel stecke. Mein Vater wird die Knochen bestimmt nicht von denen eines Welpen unterscheiden können und die paar Todesfälle, die möglicherweise daraus entstehen, dass man den Kranken eine andere Sorte Öl als das unvergleichliche Ohl-Kahn eingibt, sind ja bei einer Bevölkerung, die so rapide zunimmt, nicht so wichtig. Kurzum, ich tat den ersten verhängnisvollen Schritt und zog mir zahllose Unannehmlichkeiten zu, indem ich das Baby in den Kessel warf. Am nächsten Tag teilte mein Vater mir und meiner Mutter einigermaßen zu meiner Überraschung, sich vergnügt die Hände reibend mit, dass er die feinste Qualität an Öl zustande gebracht habe, die je dagewesen sei, wie die Ärzte, denen er Proben davon gezeigt habe, gesagt hätten. Er fügte hinzu, er wisse nicht, wie es zu diesem Resultat gekommen sei, denn die Hunde waren in jeder Hinsicht wie üblich behandelt worden und waren von gewöhnlicher Rasse. Ich hielt es für meine Pflicht, den Sachverhalt aufzuklären, was ich dann auch tat, aber meine Zunge hätte versagt, hätte ich die Folgen voraussehen können. Meine Eltern, die ihre bisherige Unkenntnis der Vorteile, welche eine Kombination ihrer beiden Erwerbszweige bot, beklagten, ergriffen sofort Maßnahmen, um diesen Fehler zu korrigieren. Meine Mutter übersiedelte mit ihrem Studio in einen Flügel des Fabrikgebäudes und meine Pflichten in Verbindung mit dem Geschäft waren erledigt. Ich wurde nicht länger mehr benötigt, um über die Leichen der kleinen Überflüssigen zu disponieren und es bestand auch kein Bedarf mehr, Hunde in ihr Schicksal zu locken, denn mein Vater verzichtete ganz und gar auf sie, wenn sie auch weiterhin einen Ehrenplatz in dem Markennamen des Öls einnahm. So jählings war ich zum Müßigang verurteilt, da wäre freilich von mir zu erwarten gewesen, dass ich verderbt und liederlich wurde, aber das wurde ich nicht. Da war stets der fromme Einfluss meiner lieben Mutter, um mich vor den Versuchungen zu bewahren, von denen die Jugend umgarnt ist, auch war mein Vater Diakon einer Kirche. Ach, dass diese schätzenswerten Menschen durch meine Schuld ein so schlimmes Ende finden sollten. Seitdem sie aus ihrem Beruf doppelten Gewinn schöpfte, widmete sich meine Mutter ihm mit erneutem Fleiß. Sie beseitigte nicht nur auf Bestellung überflüssige und unerwünschte Babys, sondern machte sich auch auf den Weg zu Überlandstraßen und Nebenlandstraßen und sammelte größere Kinder ein und sogar Erwachsene, wenn sie sich in die Raffinerie locken ließen. Auch mein Vater, der ganz verliebt war in die hohe Qualität des von ihm produzierten Öls, versorgte seine Kessel mit Sorgfalt und Eifer. Die Verwandlung ihrer Mitmenschen in Hundeöl wurde, kurz gesagt, die große Leidenschaft ihres Daseins. Eine ausschließliche und überwältigende Begierde bemächtigte sich ihrer Seelen und nahm bei ihnen die Stelle einer Hoffnung auf die ewige Seligkeit im Jenseits ein, von der sie ebenfalls inspiriert waren. Sie waren nun dermaßen unternehmungslustig geworden, dass eine öffentliche Versammlung abgehalten und der Beschluss gefasst wurde, ihnen einen ernstlichen Verweis zu erteilen. Der Vorsitzende deutete an, dass man jeder weiteren Reduzierung der Bevölkerung mit ablehnender Haltung begegnen werde. Meine armen Eltern verließen die Versammlung mit gebrochenen Herzen, verzweifelt und, ich glaube, nicht so recht bei Sinnen. Auf jeden Fall hielt ich es für klüger, diese Nacht nicht mit ihnen in die Raffinerie zu gehen, sondern schlief lieber außerhalb in einem Schuppen. Um Mitternacht wachte ich durch irgendwelche dunkle Ahnung auf, erhob mich und spähte durch ein Fenster in den Kesselraum, wo mein Vater, wie ich wusste, schlief. Die Feuer brannten so stark, als ob die Ernte des kommenden Tages ganz besonders reichlich sein würde. Einer der größeren Kessel brodelte langsam, gleichsam mit einer geheimnisvollen Zurückhaltung, als wollte er nur den Augenblick abwarten, um mit Vollkraft loszulegen. Mein Vater war nicht in seinem Bett, er war im Nachtgewand aufgestanden und knüpfte einen starken Strick zur Schlinge. Die Blicke, die er dabei auf die Tür zum Schlafzimmer meiner Mutter warf, verriet mir nur zu gut, was er im Sinne hatte. Sprachlos und verschreckerstarrt, konnte ich nichts zur Verhinderung oder Warnung tun. Plötzlich öffnete sich die Tür des Zimmers meiner Mutter geräuschlos und die zwei standen einander gegenüber. Beide anscheinend überrascht. Auch die Dame war im Nachtgewand und in der rechten Hand hielt sie das Werkzeug ihres Berufs, einen langen, schmalen Dolch. Auch sie war nicht fähig gewesen, sich den letzten Profit zu versagen, den das unfreundliche Benehmen der Bürgerschaft und das Dilemma, das ich nicht zur Hand war, ihr noch übrig gelassen hatten. Eine Sekunde lang blickten sie sich gegenseitig in die funkelnden Augen und dann fuhren sie mit unbeschreiblicher Wut aufeinander los. Sie rauften sich rund um den ganzen Raum. Er fluchen sie kreischend, beide kämpfend wie Dämonen. Sie, um ihn mit dem Dolch zu erwischen, er, um sie mit seinen riesigen, bloßen Händen zu erwürgen. Ich weiß nicht, wie lange ich das Unglück hatte, diese peinliche Szene häuslichen Zwistes mit anzusehen, aber schließlich, nach einem ungewöhnlich temperamentvollen Ringen, ließen die Kompatanten plötzlich voneinander ab. Die Brust meines Vaters und die Waffe meiner Mutter zeigten die augenscheinliche Gewissheit eines gegenseitigen Kontaktes. Für eine weitere Sekunde starrten sie sich in höchst unliebenswürdiger Weise an. Dann schoss mein armer, verwundeter Vater, der den Hauch des Todes über sich spürte, alle Verteidigung außer Acht lassend vorwärts, nahm meine liebe Mutter in die Arme, schleppte sie zu dem siedenden Kessel, nahm alles seine versagende Kraft noch einmal zusammen und sprang mit ihr hinein. Sogleich waren beide verschwunden. Und so mischten sie nun auch ihr Fett mit dem der Bürger des Komitees, die am Tag zuvor mit einer Einladung zur öffentlichen Versammlung vorgesprochen hatten. Überzeugt davon, dass diese unglückseligen Vorkommnisse mir jeden Weg zu einer ehrenvollen Karriere in unserem Orte verschlossen, übersiedelte ich in die berühmte Stadt Ottemwee, wo ich diesen Bericht niederschreibe. Mit einem Herzen voller Reue über eine unbedachte Handlung, die ein so trauriges, kommerzielles Desaster verurte. gesagt hat.